Hallo? Die Sendung mit der Metrik. Der Webanalyse-Podcast mit Maik Bruns und seinen Gästen. Heute mit Michael Jansen. Viel Spaß! Hey Annalyser Held, hier ist der Maik. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Die Sendung mit der Metrik. Heute habe ich einen besonderen Gast, mit dem ich schon lange, lange, lange einen Podcast machen wollte. Und wir sprechen heute über das Thema Fehlerbehebung von Analytics-Trackings im Google Tag Manager. Und dafür habe ich mal eingeladen Michael Jansen. Den stelle ich euch gleich nochmal kurz vor, falls ihr ihn noch nicht kennen solltet. Ja, warum überhaupt über das Thema Debugging, Fehlerbehebung im Tag Manager sprechen? Meine Prämisse ist, du gibst bitte nichts ungefragt und ungetestet an den Tag Manager Container weiter. Denn wenn du ihn ernsthaft nutzt, dann weißt du, wie wichtig Debugging ist. Also das Ausmerzen von Fehlern vor der Veröffentlichung von Containern. Leider gibt es auf Deutsch zu dem Thema echt wenig Informationen. Man muss sich also immer im englischsprachigen Raum umschauen und die sind auch manchmal nur sehr rudimentär. Und dem möchte ich heute mal ein bisschen Abhilfe verschaffen, eben zusammen mit Michael. Und Michael möchte ich euch nochmal vorstellen. Er ist, finde ich jedenfalls, einer der umtriebigsten Web-Analysten und schon seit langem zu dem Thema prominent unterwegs. Also er ist spezialisiert auf Google Analytics, macht da Beratungen, Workshops, auch Audits und also quasi das Rundum-Paket. Außer allzu viel Reporting hat er mir mal verraten. Er kümmert sich aber auch um SEO und SEO ist so quasi sein zweites Standbein und auch da ist er ziemlich umtriebig unterwegs. Er firmiert unter Zetwo. Das gibt es schon seit 2008, muss er mich korrigieren, falls das nicht so ist, aber 2008 habe ich gefunden. Er bloggt viel, veranstaltet auch viele Events, vor allen Dingen so im Kölner Raum, zum Beispiel den Web-Analytics-Wednesday, das OM-West-Barcamp, diverse Meetups. Also geht da mal hin. Also der Austausch unter Web-Analysten sollte euch klar sein. Da müsst ihr hin, wenn ihr in der Nähe seid oder auch wenn ihr weiter weg seid, müsst ihr selber entscheiden. Er ist außerdem Dozent für Web-Analyse bei Squared Online, das ist so ein Google-Ableger. Lehrbeauftragter für Web-Analyse an der Hochschule Darmstadt. Und dann, und das ist natürlich auch, finde ich, extrem sympathisch, er ist auch Co-Host vom Podcast Beyond Pageviews. Den macht er mit Markus Bersch zusammen, der ebenfalls schon mal hier bei mir zu Gast war. Und jetzt hat er eben auch aktuell sein erstes Buch am Start. Und das ist das Google Tag Manager Handbuch. Also Handbuch ist natürlich ebenso wie bei einem Web-Analyse-Handbuch von Markus Vollmatt natürlich total untertrieben, weil irgendwie da steht, das ist ja eine Bibel eigentlich. Und das ist jetzt gerade erschienen. Ja, und nicht nur deswegen freue ich mich unglaublich, dass du da bist, Michael. Herzlich willkommen. Ja, vielen Dank, Maik, für die coole Einleitung. Macht ganz schön viel, habe ich gemerkt. Ja, kannst mal sehen, was du alles schon machst. Also kommt ja mir gar nicht immer so vor, finde ich, dass man so im Umfeld so bewegt. Aber du bewegst da eine ganze Menge, finde ich. Genau. Michael, wie bist du denn zur Web-Analyse gekommen? Also ich bin im Online-Marketing seit eigentlich schon fast immer, 10, 15 Jahre. Anfangs war es hauptsächlich SEO und ich habe halt immer relativ datengetrieben gearbeitet. Und da hat es sich halt ergeben, dass man erstmal die Zahlen glatt ziehen musste, Analytics glatt ziehen musste. Und dann halt relativ viel Google Analytics gemacht. Ich habe die Analytics-Prüfung, diese Zertifizierung, die ist ja irgendwie vor, weiß nicht, wann das war, 6, 7, 8 Jahren, als die eingeführt wurde. Da kostet die ja noch 50 Dollar jede Prüfung. Ich glaube, ich hatte eine zweistellige Prüfungsnummer, als die damals eingeführt wurde. Ja, und damals hat es jeder verflucht, wenn er die Prüfung nicht bestand hat, weil das hieß, ich glaube, man musste sogar noch warten, bis man eine neue Prüfung wieder ablegen konnte, oder? War das nicht irgendwie so ein Zeitraum? Ein Monat, glaube ich. Ein Monat oder so, ja genau. Ja, ja, das waren noch Zeiten. Wir kennen die noch. Ja, ja. Ja, was machst du denn täglich mit Web-Analyse? Was ist so dein Schaffensgebiet? Also ich mache relativ viele Seminare inzwischen. Gerade jetzt die zweite Jahreshälfte relativ voll mit Seminaren zum Thema Web-Analyse, zum Google-Tech-Manager. Und ansonsten Kunden beraten halt, die dazu bringen, ihre Zahlen kennenzulernen. Mir ist es wichtig, dass die Kunden selber laufen lernen, dass sie halt ihre Zahlen verstehen, damit selber arbeiten können und nicht ewig von mir beraten werden müssen, sondern wirklich dann selber damit umgehen können und lernen, die Zahlen zu interpretieren. Aber ich kann das so gut nachvollziehen. Das geht mir genauso. Also ich möchte auch nicht ewig bei den Kunden bleiben, in Anführungszeichen. Also ich mag die alle sehr gerne. Nur ich denke eben auch, dass sie besser alleine klarkommen müssen auf Dauer, weil das ist deren Unternehmen. Die müssen irgendwie auch alleine vorwärts kommen können. Genau. Und es ist halt ihre Domäne. Also sie kennen sich am besten selber in ihren Daten aus. Und ich habe halt auch Kunden, wo ich halt einmal im Jahr vorbeikomme für ein, zwei, drei Tage Workshop und wir halt gemeinsam in den Daten arbeiten, reingucken und dann halt mehrere Leute vom Unternehmen dabei sind, die halt dann auch gleich sagen, worum es geht und so ein tiefer reinkommt und nicht nur an der Oberfläche kratzen kann. Weil als Externer kann man in der Regel nur an der Oberfläche kratzen. Ja. Oberflächlich hat das jetzt mit Google Tag Management ja eigentlich nicht mehr so wahnsinnig viel auf sich, weil da gehen wir eigentlich schon relativ tief rein in Web-Analyse, finde ich jedenfalls oft. Also ich meine, unabhängig davon, ob Google Tag Manager noch ganz andere Sachen machen kann als Web-Analyse. Aber bei uns geht es ja heute darum. Und da ist ja das Thema Debugging nicht wirklich unwichtig. Ich meine, du hast jetzt ein Buch geschrieben und das Thema Debugging, tja, ist dir sicherlich auch sehr wichtig. Ja, ich glaube im Buch, das ist glaube ich ein Viertel vom ganzen Buch, ist glaube ich nur das Debugging, was man da alles machen kann. Also es ist auch einfach, das ist einfach, das ist auch das Tolle am Google Tag Manager, dass wir plötzlich debuggen können. Wir konnten bisher, konnte man einfach die Marketing-Tags live stellen, Analytics live stellen und das war's dann. Und jetzt plötzlich können wir sie vorher testen. Das ist schon eines der Features, wo ich sage, das ist eines der besten Features vom Google Tag Manager überhaupt. Ja. Dass wir gucken können, was passiert eigentlich. Genau, weil wir können vor allen Dingen Fehler eben A, vorwegnehmen und B, wenn Fehler passieren, können wir nochmal schauen, warum die passieren. Das ist so für mich so das Wichtigste überhaupt da. Aber noch besser ist eben, dass man in der Preview, bevor ein Container tatsächlich live geht, also das, was im Google Tag Manager quasi drinsteckt, bevor es live geht auf der Website, dass wir da echt nochmal einen Blick reinwerfen können, um wirklich zu schauen, was haben wir denn da alles an Informationen drin. Und da können wir gerne mal ins Detail gehen. Aber du erlebst ja sicherlich auch immer wieder Leute, die das Ganze ohne Debugging machen, oder? Genau, also dafür für diejenigen, die jetzt sich überlegen, wovon reden die eigentlich, Debugging, ich drücke oben auf Veröffentlichen oder auf Senden und das reicht mir. Oben rechts im Tag Manager ist dieser Knopf in Vorschau ansehen. Und wenn man den das erstmal benutzt, ist es schon krass, wenn man sich das auf der eigenen Website, wo man es gerade eingebaut hat, plötzlich so ein eigenes Fenster unten aufgeht mit einem eigenen Google Tag Manager Informationen. Also das ist schon mal, das ist dann sozusagen, das ist das, wo wir jetzt ja reden, über das Debugging in erster Linie, dass wir halt wirklich auf der Website sehen, was passiert mit dem Debugfenster. Genau, also das Anschalten ist relativ simpel. Danach musst du eigentlich nur mit einem weiteren Tab in deinem Browser deine Website besuchen. Und plötzlich tun sich da wundervolle Dinge auf. Also dass da unten was Tolles geladen wird. Und da wird dir eben einiges angezeigt. Vor allen Dingen eben, was sich an deinen Tags, Triggern und Variablen so tut. Genau, nochmal ganz kurz zurück. Es wird angezeigt, ja, aber ganz wichtig, bei einigen wird es halt nicht angezeigt. Wenn man zum Beispiel Cloudflare benutzt, dann wird es nicht direkt angezeigt. Dann am besten STRG F5 drücken, damit der Debugmodus aktiv wird. Weil sonst im Cache nur noch was drin ist und sich dann nicht wundern, dass man da was nicht sieht. Und auch nicht im zweiten Browsern machen. Nicht einmal im Firefox und einmal im Chrome. Auch dann funktioniert der Vorschau-Modus nicht. Da gibt es ein paar kleine Fallstrecke, die man halt beachten sollte, bevor man da loslegt. Ja, viele von diesen Fallstricken werdet ihr erst so im Verlauf der Zeit kennenlernen. Weil in erster Linie funktioniert das Ding erstmal ganz gut und ganz sauber. Und man bekommt erstmal ein sehr, sehr großes Fenster, wie ich finde, mit zusätzlichen Informationen. Das schränkt manchmal auch ein bisschen die Sicht auf die Website einfach ein. Nein, das bemängeln einige auch, dass man das nicht irgendwie ein bisschen skalieren kann vernünftig. Aber naja. Was sehen wir denn da, Michael? Was können wir denn konkret im Debugger sehen, erkennen? Wo finden wir da was? Genau. Also erstmal, wenn man es einfach darin nicht rumklickt, man kann nämlich darin rumklicken, dann sehen wir einfach erstmal von der linken Seite komplett alle benutzten Ereignisse, die einfach gefeuert werden, was auf der Seite passiert. Das heißt, wir sehen alles, was sozusagen genutzt werden kann, um Marketing-Texte oder Anwichtigstexte zu feuern, sehen wir halt direkt an der linken Seite. Und dann sehen wir halt, welche Texte tatsächlich gefeuert wurden und auch welche nicht gefeuert wurden und auch aus welchen Gründen sie nicht gefeuert wurden. Das heißt, wir haben eine komplette Übersicht, was eigentlich auf der Seite im Quell-Tex so vor sich geht, im Jahreskript. Ja. Also ihr habt am Ende des Tages erstmal eine schöne Übersicht. Könnt ihr euch einen Screenshot von machen und das erstmal merken, was ist wann wie wo passiert. Das ist halt leider ein bisschen doof, finde ich zum Beispiel im Debugger. Man kann sich die Informationen nicht so richtig gut daraus kopieren. Aber da kommen wir gerne mal ein bisschen genauer drauf. Aber du hattest jetzt gerade schon diese Events erwähnt, diese Auto-Events, die halt teilweise passieren. Die werden auf der linken Seite im Debugger angezeigt. Und da gibt es ja so verschiedene, die Standards sind. Und da gibt es eben auch noch welche, die benutzerdefiniert aufgerufen werden. Die drei Standards, da müssen wir vielleicht am Anfang mal drüber reden. Was kann man denn da, welche drei Standard-Events gibt es denn? Zu welchen Zeitpunkten können denn Dinge überhaupt passieren? Genau, da gibt es einmal den Patreon-Seitenaufruf. Dann gibt es das DOM-Objekt, der Ready und das Seite-Geladen. Leider ist der, auch wenn man den Google-Tag-Manager, glaube ich, auf Deutsch hat, sind die Elemente dann alle, die Ereignisse alle auf Englisch. Das heißt Page-View, DOM-Ready und Window-Loaded. Und Analytics sollte natürlich am besten direkt beim Page-View geladen werden. Das ist das erste, was ausgeführt wird. Das ist sozusagen die Seite, der Quelltext wurde geholt. Und dann auch kann es auch ausgeführt werden. Genau. Müsst ihr euch immer so vorstellen, das läuft im Prinzip zeitlich nacheinander ab. Page-View halt, wie Michael schon sagte, als erstes. Und je früher ihr Informationen senden könnt, weil alles, was diese Informationen braucht, schon vorhanden ist, und beim Page-View brauchst du halt nicht besonders viel, dann eben möglichst früh abfeuern das Ganze. Es gibt natürlich auch Momente, wo man sagen muss, na ja, da muss man auch vielleicht manchmal erst auf ein paar Informationen warten. Also wenn ihr zum Beispiel mit dem Tag-Manager irgendwelche Informationen von der Seite euch holt oder vom DOM, also vom Document-Object-Model, also das, was auf der Seite quasi verfügbar ist, und ihr müsst euch die Informationen erst reinlesen, dann werdet ihr es nicht unbedingt zum frühestmöglichen Zeitpunkt schon können, einen Tag abzufeuern mit diesen Informationen, sondern vielleicht erst ein bisschen später. Und da kommen wir dann ja auch schon dazu, dass es auch noch so benutzerdefinierte Events gibt. Fallen dir da ein paar ein? Genau. Also erst mal kommen wir dazu, du hast ja gerade gesagt, ob die Informationen schon vorliegen, um das zu prüfen. Das ist relativ einfach. Dafür klickt ihr einfach auf zum Beispiel Page-View und schaut dann in den Variablen nach, ob eure Variable, die ihr eigentlich nutzen wollt, klickt oben auf die Variable, ob die schon gefüllt ist. Ja. Dann könnt ihr relativ schnell nachvollziehen, ist es in diesem Moment schon vorhanden oder nicht vorhanden. Und da der wichtige Hinweis, wenn ihr euch die Variablen anguckt, ist das Feld Summary nicht wichtig für euch. Die Gesamte oder auch bei Data Layer nicht. Das heißt, in den Momenten sind immer die einzelnen Ereignisse wichtig, was in dem Moment des Ereignisses sozusagen für Variablen vorliegen. Genau. Das ist ein super Tipp. Also Summary ist nur in bestimmten Fällen sinnvoll. Wenn ihr nämlich schauen wollt, welche Tags zum Beispiel grundsätzlich auf der Seite abgefeuert wurden, irgendwann zu irgendeinem Zeitpunkt. Wenn ihr es genauer wissen wollt, müsst ihr euch halt die Events eben angucken auf der linken Seite. Genau. Und du hast nach so außer Page, Doom, Ready und Window, Loaded gefragt. Klar, da gibt es halt Form Submit, es gibt einen Klick, es gibt einen Link-Klick, gibt so ein paar eingebaute Events schon im Tag Manager drin. Und natürlich gibt es auch noch dann einfach andere Systeme, wie zum Beispiel, ich glaube, Facebook ist das, die schicken einfach so was in den Data Layer rein. Dann entstehen Messages. Also es gibt es dann nochmal als Events, die ausgeführt werden. Dann hast du dann plötzlich Messages statt Events. Genau, das passiert dann nämlich. Ihr könnt quasi alles Mögliche auch an den Data Layer schicken und dementsprechend passieren auch häufiger mal Dinge, dass eben Events registriert werden, zu denen ihr dann Sachen wieder schicken könnt. Also stellt euch mal Folgendes vor, ihr habt zum Beispiel einen Timer laufen auf der Seite. Und dieser Timer schickt nach zehn Sekunden oder alle zehn Sekunden vielleicht, schickt er irgendwie ein Event los. Und dann würdet ihr das im Tag Manager auf der linken Seite dann eben sehen, dass ein Timer-Event rausgefeuert wurde quasi oder dass ein Klick stattgefunden hat oder das gescrollt wurde, was auch immer euch irgendwie wichtig ist, auf der Seite zu messen. Das würdet ihr dann da links sehen. Und dann müsst ihr eben schauen, was zu dem Zeitpunkt, dann klickt ihr einfach auf das Event, was ist zu dem Zeitpunkt dann eben als Tag rausgegangen. Das ist so eigentlich so das Erste, was man so im Debugging einfach lernen sollte. Genau. Zu welchem Zeitpunkt was. Und wichtig ist halt zu wissen, dass die Events auch dann gefeuert werden, wenn sie nicht genutzt werden. Das heißt, sobald ihr im Google Tag Manager einen Trigger anlegt, wird der auch gefeuert, auch wenn er gar nicht in irgendeinem Tag benutzt wird oder einer Variablen. Der ist sofort dann da. Das heißt, wenn ich einfach einen Trigger aufmache, der bei jedem Klick reagiert, dann ist der sofort als Event immer vorhanden. Genau. Wenn ihr jetzt auf so ein Event klickt und dann meinetwegen auch in der großen Übersicht dann seht, welche Tags zu diesem Event gefeuert wurden, dann könnt ihr dann eben zum Beispiel auch noch in die Tags selber klicken und gucken, was hat dieses Tag dann übermittelt und wohin und wie viel. Und finde ich auch erstmal eine wichtige Info, weil ihr müsst halt überprüfen, ob das, was da rausgeht, dem entspricht, was ihr auch rausgeben wollt. Oder ob der jetzt nur einmal geklickt wurde oder zehnmal oder welche Informationen mit dem Klick übergeben wurden. Also wenn ihr zum Beispiel an Analytics ein Event übergebt, also wir sprechen jetzt immer von verschiedenen Events hier. Also es gibt einmal Analytics Events und dann gibt es halt diese Tag Manager Events. Und das, was als Analytics Event dann quasi ankommen soll, das muss ja auch gefüllt werden mit ein paar Variablen. Da gibt es dann die Event Aktion, Event Kategorie, Event Label. Und da stehen halt immer Werte drin oder sollten irgendwelche Werte drinstehen, die ihr definiert. Und dann könnt ihr eben sehr, sehr genau überprüfen zum Beispiel, ob die Information, die da drinstehen soll, auch tatsächlich drin ist. Ja, zum einen könnt ihr natürlich diese Sachen eben schauen, welche Tags rausgehen und unter welchen Bedingungen sie gefeuert haben. Aber es gibt eben auch noch dieses große, was Michael eben schon angesprochen hatte, das große Feld Variablen, wo ja auch sich die Dinge im Verlauf der Zeit ändern können. Wann kann das denn mal interessant sein, Michael? Hast du eine Idee? Das Feld Variablen ist eigentlich ständig, wenn ich irgendwas brauche, relevant. Also egal, also gerade wenn ich zum Beispiel mit Klicks arbeite, um zu gucken, was brauche ich eigentlich, da kommt das eigentlich an. Oder wenn ich benutze, definiertes JavaScript benutze. Wenn ich es benutze, würde ich sehr vorsichtig sein. Kann man viel mit kaputt machen. Dann kann man nicht da genau sehen, wird es eigentlich mit dem gefüllt, was ich eigentlich gerne hätte. Oder mit irgendwelchen CSS-Selektorenarbeit, um zu überprüfen, kommen die Daten eigentlich an, die ich brauche. Das ist eigentlich das, wo ich es am meisten nutze. Ja, das ist, finde ich eigentlich ähnlich. Also ich weiß jetzt auch nicht, wo man sie noch so großartig sonst benutzen könnte. Man kann natürlich, und das müsst ihr wissen, da kommen wir jetzt auch gleich zum nächsten Punkt, den großen Data Layer auch anzapfen. Jetzt müssen wir erst mal erklären, was Data Layer genau ist, Michael. Genau, Data Layer ist eigentlich vom, sozusagen vom Webentwickler bereitgestellte Informationen innerhalb der Website, die man halt so auf der Website nicht sieht, aber wir können die mit dem Tech Manager problemlos auslesen. Das heißt, das System kann uns Sachen zur Verfügung stellen oder auch ein Plugin. Zum Beispiel gibt es für die meisten CMS-Systeme, gibt es halt auch Plugins, die dann automatisch den Data Layer oder die Datenschicht befüllen mit Informationen, die wir gegebenenfalls benutzen können, um im Tech Manager darauf zuzugreifen. So wie zum Beispiel für WordPress, dieses Duracell-Tomi-Plugin, das Google Tech Manager for WordPress, das stellt halt automatisch den Autoren von Posts zur Verfügung oder das Datum oder das Jahr, den Monat, den Tag, also alles Mögliche, was wir gegebenenfalls benutzen können. Kategorien, Art von Seiten, den Seitentitel und so weiter. Und das können wir dann alles aus der Datenschicht auslesen, wenn wir es brauchen. Das klingt immer so mystisch, wenn man über den Data Layer spricht und wenn man jetzt mit Nicht-Techies zum Beispiel spricht, aber eigentlich ist es nichts anderes als ein paar Informationen, die im Seitentext quasi noch irgendwo mit drinstehen dann später, wo der Tech Manager einfach sagen kann, hier, ich hole mir die Informationen daraus und verwurrste sie in irgendwelchen anderen Elementen. Genau, für die SEO ist auch vergleichbar mit Schema-Org-Auszeichnungen, wo ich einfach was in die Seite reinschreibe, was ein System dann wieder auslesen kann. Ja, also für mich ist der Data Layer immer dann entscheidend, wenn es so um komplexe Setups geht. Also wenn jetzt, ich sag mal, was Einfaches irgendwie da auf der Seite getrackt werden muss, wie ein Page View oder sowas, dann ist das in der Regel nicht unbedingt nötig, einen Data Layer groß aufzumachen zusätzlich oder zusätzliche Informationen in den Data Layer zu stecken, weil vorhanden ist ja sowieso. Nur, sobald es komplexer wird, also ich denke da immer so an so Setups mit vielen benutzerdefinierten Dimensionen oder verschiedenen, oder wenn es um Enhanced E-Commerce geht, dann kommst du eigentlich gar nicht mehr ohne aus. Das sind so die Sachen, wo man den Data Layer zwingend braucht. Ja, wobei ich halt beim Seitenaufruf gerade im Zusammenhang mit WordPress auch schon gerne den Data Layer auch schon mit einem Seitenaufruf habe. Dass ich halt direkt dann die Frontpage habe oder es ist ein Blogpost oder welche Kategorie ist das Blogpost, dass ich das auch gleich als benutzerdefinierte Dimension auch beim Seitenaufruf schon übergeben kann. Dass ich dann halt ganz klar runterfiltern kann, gleich fürs Content Grouping und solche Sachen halt gleich die Sachen nutzen kann. Ja, auch für den Data Layer gilt natürlich, je eher ihr Informationen an den Tag Manager mit dem Data Layer übergeben könnt, desto besser natürlich. Also das heißt, wenn Informationen zum Page View schon im Data Layer stehen, also zum frühestmöglichen Zeitpunkt, ist das gut, weil dann könnt ihr mit beliebigen Tags im Nachgang quasi diese Informationen abgreifen. Es gibt natürlich manchmal auch so Sachen, da wird der Data Layer erst gefüllt, nachdem eine Aktion passiert ist, zum Beispiel auf der Seite. Also stelle ich vor, ihr habt irgendwie ein Call to Action auf der Seite und jemand klickt diesen Call to Action oder jemand drückt auf ein Video Play Button oder sowas und zu dem Zeitpunkt wird dann irgendetwas in den Data Layer geschickt. So nach dem Motto, so jetzt hat er dieses Video angeguckt und ist beim Video auf Minute zwölf und so weiter. Also solche Informationen werden dann erst später gesendet. Aber so grundlegende Informationen über die Seite sollten auch da irgendwie möglichst früh im Data Layer stehen. Dann habt ihr immer die Chance, darauf gut zuzugreifen. Genau, wir hatten letztens ja bei dir in der Facebook-Gruppe, da hatte jemand, glaube ich, Enhance E-Commerce eingesetzt und dann sollte es dann beim Window Loaded erst geschehen, der Seitenaufruf. Genau, richtig, ja. Weil da programmiertechnisch einfach das System erst so spät die E-Commerce-Daten bereitstellt, dass es dann erst funktionieren kann. Vorher waren die Daten einfach nicht da. Ja, aber das sind natürlich so Dinge, das kannst du dann sehen, ob sie tatsächlich so sind, wenn du einen Debugger benutzt. Also ansonsten weißt du halt nicht, was auf der Seite so passiert. Und streng genommen ist das natürlich irgendwie doof. Genau, ganz wichtig, versteht den Google Tag Manager, wenn ihr ihn benutzt. Darum hört ihr jetzt auch zu. Ganz wichtig, nicht einfach nur Sachen nachbauen, sondern auch verstehen, was ihr da eigentlich macht. Das erspart ganz viel Ärger. Ja. Hast du irgendwie sowas wie ein sinnvolles Vorgehen beim Debuggen? Also worauf würdest du zuerst oder worauf vielleicht auch zuletzt achten? Gibt es da irgendwie was, was du machst? Also das Erste ist ja beim Debuggen, wenn ich einen Tag fertig habe, wie Analytics, und der wird nicht ausgeführt, dass ich dann halt als erstes mal den Tag direkt anschaue, zu dem Event, zum Beispiel beim Pageview jetzt, angucke, okay, bei den Tags auf den einzelnen Tag draufklicke und dann ganz nach unten scrolle und gucke, ist bei den Firing Triggers alles ein grünes Häkchen oder ist da ein rotes Kreuz? Weil dann ist genau das Fall, dass halt nicht ausgeführt wird, obwohl er ausgeführt werden sollte, eventuell. Das heißt, das ist bei den Tags für die Ausführung. Ansonsten ist halt alles immer relativ custom, immer benutzefiniert, was brauche ich gerade? Also geht es mir darum, dass das ausgeführt wird, dass bestimmte Variablen übertragen werden. Da gibt es eigentlich relativ wenig definierte Prozesse für mich. Leider. Ja, finde ich auch. Also es kommt ja auch immer ein bisschen darauf an, in welchen, was du so nacheinander machst oder wie viel du gleichzeitig machst. Es gibt ja auch immer den Fall, dass du zum Beispiel einen bereits fertigen Container einfach auf deiner Website importierst oder in den Tag Manager importierst und dann hast du irgendwie plötzlich so 30 Sachen, die gleichzeitig da auftauchen. Ja, dann wird das Debang natürlich nicht einfacher. Ich bin eher Freund davon, die Sachen nacheinander anzulegen und dann erst mal nacheinander auch die Sachen sauber anzulegen, dass sie alle funktionieren, weil dann hast du auch nicht diesen Overkill im Debugger, dass du halt tatsächlich mit so vielen verschiedenen Sachen konfrontiert wirst. Ja, wobei ich bei komplexeren Setups dann tatsächlich auch einen Testplan habe, dass ich dann halt wirklich alles auf einmal live schalten kann und dann den Testplan durchgehe oder durchgehen lasse und dann einfach genau gucke, funktioniert alles, ist alles drin, feuert alles. Also da haben wir dann halt schon tatsächlich dann Ablaufpläne, die wir einhalten, aber halt so bei der Entwicklung halt seltener, eher bei Containern, die wir einbauen. Gibt es für dich so etwas wie das Schwierigste, was du debuggen kannst? Wo muss man besonders aufpassen vielleicht? Genau, einmal mal ein Tipp, wenn man Link klickt, öffnen sich ja meist die Links im neuen, also öffnen sich die Links ja meist im gleichen Fenster. Das heißt, ich sehe plötzlich nicht mehr, was im Debugmodus, was sich da passiert ist und da mit der Hochstelltaste mit Shift einfach dann klicken, dann öffnet sich es im neuen Fenster und wir sehen dann meistens das. Aber am schwierigsten sind eigentlich immer die, genau, die Sachen, die sich im neuen Fenster öffnen und die eventuell dann auch nichts direkt schicken, die sich komisch verhalten. Das gibt es immer mal wieder. Das auch beim Shift drücken oder Hochstelltaste drücken, dann das Ding sich doch nicht auch im neuen Fenster öffnet. Solche Sachen, das ist halt immer so, das Kniffligste zum Debuggen. Ja, was ich immer ganz knifflig finde, muss ich gestehen, ist, wenn du einen komplizierten Data Layer hast, wo du sehr viele verschiedene Elemente auch drin hast. Also ich denke jetzt beispielsweise wieder an Enhanced E-Commerce, wo Google ja auch an vielen, vielen Stellen sehr, ich sag mal, sehr verteilt definiert, wie so ein Data Layer auszusehen hat. Also ob zum Beispiel, im Data Layer stehen ja immer so Wertepaare quasi. Und das heißt, du hast etwa einen Namen, der den Eintrag definiert und dann hast du daneben einen Wert stehen. Also zum Beispiel so was wie Umsatz, also Revenue meinetwegen. Und daneben steht dann irgendwo ein Betrag. So und Google definiert halt zum Beispiel für Enhanced E-Commerce, dass daneben ein Betrag stehen soll, der das Format Currency hat, also Währung. Währung bedeutet halt zwei Nachkommastellen. Wenn du jetzt irgendwie da aber ein Integer oder also ohne Nachkommastellen oder wenn du ein Float lieferst mit unendlich Nachkommastellen quasi, dann kann es sein, dass es da zu Problemen kommt. Und ich finde es zum Beispiel unglaublich schwer, immer genau parat zu haben, was in diesem Data Layer an Werten überhaupt erlaubt ist quasi zum passenden Tag. Das macht es mir immer sehr, sehr schwer. Ja, wobei wir halt mit Google Analytics noch großes Glück haben mit der Dokumentation, die halt echt gut ist inzwischen. Wir haben eine Field Reference. Wenn man sowas wie den Facebook Pixel einbauen möchte, das ist die Hölle. Es gibt halt keine Field Reference. Du findest halt gar nicht, welche Definitionen es gibt. Also da denke ich mir auch so, hätte sich mal jemand hinsetzen können, mal definieren können, was können wir eigentlich mit welchem Pixel übergeben. Ja, das fehlt mir ganz genauso. Also es ist halt wirklich eine Katastrophe. Also ich meine, ich weiß nicht, was die Leute da draußen erwarten, dass man das irgendwie testet bis zum Umfallen oder wie das vonstatten gehen soll. Aber naja, auf jeden Fall, das gehört halt auch zum Debuggen dazu, dass ihr euch mit Anbieterpixeln auseinandersetzt, die eben nicht zu Google gehören. Und das sind dementsprechend dann auch immer auf der Hutzeit bei den Dingen, die dort in der Definition erfasst sind. Also schaut euch das immer genau an, was diese Pixel erwarten oder am Anfang auch, was Google Analytics erwartet an Werten. Ja, und seid da echt auf der Hut. Ja, und halt auch möglichst präzise sein. Also ich habe halt viele, die schicken halt den User Agent mit, auch in vielen Installationen, und da haben wir das Problem, dass das Feld zu lang ist, also dass der Wert zu lang ist. Dass wir beim User Agent, genau, das sind glaube ich nur 30 Zeichen, die wir reinschreiben. Aber es sollte uns ja der Tech Assistant dann im Notfall auch, dass wir da was falsch machen. Ja, man kann auf jeden Fall eine ganze Menge Informationen übergeben, und je mehr Informationen ihr übergebt, desto genauer müsst ihr halt beim Debuggen sein. Alles, was ihr verändert an Tags, das solltet ihr auf jeden Fall immer strengstens beäugen, bevor ihr eine neue Container-Version live stellt, weil im Zweifel habt ihr halt nachher euer Tracking verhunzt. Genau, und möglichst beim Live-Stellen niemand zweites drüber schauen lassen, ob alles korrekt ist oder nicht. Also einfach nochmal ein paar Augen drüber hilft, bevor man was kaputt spielt. Nutzt du denn diese Sharing von Previews-Versionen? Also man kann nämlich zum Beispiel dieses Preview, diese Vorschau, kann man auch mit anderen Leuten teilen, ohne dass die jetzt irgendwie einen riesen Zugang zum Tag-Management hätten. Hast du das schon mal irgendwie genutzt? Ja, klar. Also ja, also ich nutze das relativ viel, gerade weil ich, wenn ich in komplexen Setups bin, aber halt nicht die, es gibt, genau, es gibt im Vorschau-Modus, gibt es Rechtsvorschau-Freigeben, den Knopf. Den nutze ich in der Regel nicht, weil der geht immer auf den Default-Workspace, also auf das, was gerade live ist, was ich ändere. Ich gebe in der Regel immer Versionen dann frei. Dass ich sozusagen eine Version nicht veröffentliche, aber freigebe, damit dann bestimmte Personen testen können. Gerade wenn es um so Affiliate-Netzwerke geht, wie Affiliate-Net oder wir oder Zanox oder so, dass die halt ihre Texte testen können, ohne dass das Ding live ist. Und das ist damit halt dann auch möglich, dass die sozusagen einen Link bekommen und damit das testen können. Aber natürlich nur, wenn man das Gegenüber versteht, was man da eigentlich gerade geschickt hat. Weil auch da ist halt noch ein bisschen Bedarf bei den Anbietern, dass sie halt verstehen, was man damit machen kann. Ja, ich erkenne das auch immer wieder, dass also die Leute gar nicht so richtig wissen, wie der Tag-Manager funktioniert. Wenn du dann zum Beispiel, du bekommst dann vielleicht ein Floodlight-Pixel zugesendet oder das Google-Ads-Conversion-Pixel und das ist dann meistens die Anleitung für eine Direkt-Implementierung, also nicht mit dem Tag-Manager. Genau. Und die Leute verstehen noch nicht so richtig, was so dahinter steckt und wie man das dann aufsetzen kann und wie man es vor allen Dingen auch kontrollieren kann, ob jetzt alles richtig ist oder nicht. Ja. Ja, da gibt es auf jeden Fall auch eine ganze Menge Hilfe, die uns da quasi in die Quere kommen, will ich nicht sagen, aber die uns dabei helfen zu debuggen. Also ich zum Beispiel, ich nutze den Debugger super gerne, aber da steht halt auch nicht alles so drin, wie ich es mir gerne wünschen würde. Deswegen gibt es sicherlich auch ein paar Tools, die du wahrscheinlich auch nutzt dazu, oder? Ja, klar. Also für das Google-Universum auf jeden Fall der Google-Tag-Assistent. Und wer ein Google-Tool nutzt wie Google AdWords, Google Analytics oder den Tag-Manager und den Tag-Assistent nicht installiert hat, da frage ich mich, wie derjenige denn dann tatsächlich irgendwie ein bisschen was debuggt, weil das zeigt halt tatsächlich erstmal alles an. Das zeigt Analytics an, das zeigt AdWords an, zeigt, ob es funktioniert, zeigt auch Optimize an, ob es funktioniert. Also es zeigt aus dem Google-Cosmos eigentlich alles an und wir sehen, ob es funktioniert erstmal rudimentär mit den Daten, die übertragen werden. Wir können auch nachgucken, ob Anonymize-IP gesetzt ist. Wir können wirklich tatsächlich schon mal reingehen, auch bei fremden Seiten. Das geht jetzt natürlich nicht auf die eigenen Seiten, sondern wir können das bei jeder Seite sehen, was wird da eigentlich aus dem Google-Universum übertragen. Das ist so das einfachste Plugin. Vor allen Dingen, es kann auch aufzeichnen. Das finde ich halt auch super. Das wissen nicht mal alle, weil sie manchmal zu faul sind zum Scrollen. Aber der Text-Listen kann aufzeichnen. Du drückst einfach auch, also machst das Plugin auf und drückst unten auf Record. Und dann kannst du auch noch sagen, ob er das nur in diesem Tab oder übergreifend beobachten soll, was da aufgerufen wird. Und fortan, bis du auf Stop drückst, zeichnet er quasi jeden Hit erstmal auf, den du an Analytics und an andere Tools schickst, zumindest aus dem Google-Universum. Und kannst dir das nachher dann schön angucken. Und dann steht da halt nachher in der schönen Übersicht, da steht dann irgendwie sowas, du hast fünf Seiten aufgerufen, du hast aber 27 Hits abgesetzt und außerdem waren das folgende Hits. Genau. Was schade ist, ist, dass der Data Layer nicht mitgelockt wird. Das stimmt wirklich, ja. Und da kommen wir zum zweiten Plugin direkt automatisch. Und zwar der Data Slayer, der bei einigen Stunden vergessen gerade ist, weil es was Besseres gibt. Der Data Slayer, der kann nämlich den Data Layer sozusagen über mehrere Seiten hinweg anzeigen. Ja. Das heißt, wenn man so eine kleine Journey macht über die Seite, dann zeigt er halt nach und nach die alle an, alles, was auch an Google Analytics gefeuert wurde und was im Data Layer steht, zu welchem Zeitpunkt, zeigt er dann alles an. Das ist eigentlich ganz schön, dass man so dann nochmal nachverfolgen kann, was passiert da eigentlich. Auch wenn ein Fenster neu geladen wird und so. Ja. Es gibt sowieso unglaublich viele Hilfestellungen, finde ich, vor allem in Chrome, die uns dabei helfen. Viel zu viele. Ja, viel zu viele. Also leider doppeln sich auch einige, andere halt nicht. Einige können eine Sache ganz gut und dann war das andere wieder nicht. Das heißt, also ich weiß nicht, wie es dir geht, aber wenn ich ein Chrome-Fenster für Analytics aufhabe, und ich aktiviere dann immer mit so einem Setup quasi meine Erweiterung, geht ganz schnell, das ein Klicken, dann habe ich irgendwie meine Analytics-Add-ons alle an. Wie machst du das? Ich habe eins, das nennt sich, ein Plugin, das nennt sich Extension Manager und das kann ich ja mal verlinken. Ja. Schreibe ich hier gerade mal auf, Extension Manager und da könnt ihr quasi. Weil ich nütze dafür einfach die Profile von Chrome. Ja, habe ich auch, ist aber nicht so flexibel. Genau. Genau, also geht auch, klar, du kannst natürlich mehrere Profile einfach aufmachen und alle haben dann ihr eigenes Erweiterungs-Setup, das habe ich auch, aber ich habe in diesem, in einem speziellen Analytics-Profil habe ich halt auch nochmal so die Möglichkeit zu sagen, ich habe hier ein Minimum in Analytics, dann habe ich nochmal irgendwie den Fullstack, wenn du so möchtest, wo ich dann quasi alles mit abrufe und da sind dann auch so Facebook-Analytics-Sachen mit drin und so weiter, also wo ich dann quasi alles direkt mit aufrufe. Also der Extension Manager macht es mir echt super einfacher. Also du kannst da so kleine, ja so kleine Defaults einrichten für dich. Ja, man hat nämlich schnell so irgendwie 20 Extensions, also Plugins, oder wie auch die beim Chrome heißen, hat man schnell zusammen. Ja, sehe ich genauso. Also das ist, also ich kann ja jetzt alle verlinken, die ich da so habe, aber ich glaube, das führt zu nichts, wenn wir sie nicht ein bisschen erklären. Also deswegen, vielleicht hast du noch ein, zwei oder vielleicht werfe ich dir einfach ein paar Namen hin. Ja klar, Dataslayer hatten wir ja gerade, der echt praktisch ist. Genau, Dataslayer, genau. Dann kommt von mir, was ich jetzt enorm viel nutze, ist der Datalayer Inspector Plus. Oh, der ist auch gut, ja. Von Analytics Pros ist der, ne? Genau, der schreibt direkt in die Konsole rein. Steuerung F, Steuerung Shift F12, nee, Steuerung Shift J oder F12 oder rechte Maustaste und untersuchen, klicken, dann öffnet sich die Konsole und dann schreibt halt direkt in die Konsole rein, alles, was in Analytics passiert, alles, was mit dem Datalayer passiert, eigentlich sehr cool. Ja. Und genau, GA-Debug brauchte man früher noch, um den Inhance-E-Commerce zu debuggen. Ja, stimmt. Das ist jetzt im Tech Assistant drin übrigens, wenn du es noch nicht gefunden hast. Da gibt es ein Kontextmenü rechts oben, da kannst du GA-Debug aktivieren. Richtig, genau. Das ist relativ versteckt, das habe ich nur im Rahmen der Buchrecherche plötzlich mal gefunden, wo du da, hey. Ja, ich habe das, ich weiß, dass es das gibt, aber ich habe trotzdem das GA-Debug-Ding noch drin, weil ich das nämlich immer wieder vergesse, dass es im Tech Assistant drin ist und ich habe das im Tech Assistant einfach per Standard auf aus und so kann ich halt immer ein Plugin aktivieren, das dann in der Übersicht schon gezeigt wird bei mir im Chrome. Das ist dann mal einfacher, als wenn ich ein Klick weniger quasi, oder zwei. Dann natürlich der Tech Manager Injector. Was kann der? Was testen? Der bindet automatisch dann so eine neue Tech Manager Instanz ein auf Seiten, wo es noch nicht eingebunden ist. Genau. Das heißt, ich kann testen, bevor es losgeht. Wenn du noch keinen Tech Manager Container draußen hast und irgendwie schon trotzdem wissen willst, ob deine Sachen irgendwie halbwegs funktionieren, dann kannst du quasi so tun, als wäre ein Container drauf mit diesem Injector. Und das ist halt echt cool. Und dann, glaube ich, nur ein Wichtiges hätte ich dann noch Clear Cache. Clear Cache. Wo ich mit einem Knopfdruck, also ich kann einmal definieren, was soll gelöscht werden. Ja. Und dann muss ich nur einmal draufdrücken und dann wird zum Beispiel der Cache der letzten Stunde, wird das Java-Skript gelöscht. Ja. Dann muss ich nicht STRG F5, sondern ich drücke einfach auf die Taste und wird genau das gelöscht, was ich brauche. Oder auch Passwirt der letzten Stunde, kann man genau einstellen, was beim Klick passiert. Das ist auch cool. Ich nutze ja GTM Sonar zum Beispiel noch von Simo, Ahava. Und GTM Sonar, ich weiß gar nicht, ob man das so offiziell irgendwie noch so groß findet, aber das tut nichts anderes, als es führt beispielsweise einen Klick aus. Also du hast ja vorhin gesagt, du kannst dann einfach Shift und Shift drücken und gleichzeitig klicken und dann macht er ein neues Fenster auf. Und GTM Sonar, da brauchst du halt Shift nicht drücken, der führt dann den Klick quasi für den Tag Manager noch aus, aber nicht auf der Website. Also dein Klick führt quasi auf der Website zu nichts, aber das Event wird trotzdem ausgelöst für den Tag Manager. Das ist halt auch sehr cool. Und das macht es auch für Formulare, also bei bestimmten Formularen, die mit Post arbeiten, glaube ich. Wenn du da ein Formular absendest, dann wird auch das Formular absenden unterbunden, aber für den Tag Manager, dann tut er so, als wäre es ausgelöst worden. Das ist echt cool. Also das benutze ich so oft. Gerade wenn du Klicks debugst oder so, das ist echt schön. Also bei Klicks ansonsten einfach nochmal über den Event gehen, Trigger aktivieren und dann ja im Debug-Modus gucken. Genau. Aber gerade wenn man halt stoppen muss, du kannst aber auch für diejenigen, die sich in einer Entwicklerkonsole zu Hause fühlen, auch dann ja Breakpoints setzen. Das stimmt, ja. Dass du dann, aber das würde jetzt, glaube ich, zu tief fühlen, weil da noch reingehen. Ich glaube, das können wir im Podcast auch gar nicht mehr erläutern. Genau, genau. Aber es gibt, müsst ihr wissen, für jeden Quatsch im Tag Manager eigentlich auch irgendwie ein sinnvolles oder mehr oder weniger sinnvolles Plugin. Ich habe zum Beispiel auch noch, nennt sich GTM Variable Builder. Das ist sehr lustig. Du kannst einfach auf der Website quasi irgendeinen Text markieren oder irgendein Bild markieren und dann aktivierst du dieses Plugin und dann sagt er dir, hey, wenn du das, was du da markiert hast, als Variable haben willst, dann nimmst du bitte folgenden Ausdruck. Das ist halt auch sehr, sehr entspannt. Ja, cool. Ja, dann macht er dir auch direkt einen Custom JavaScript daraus und du kannst quasi einfach nur per Copy und Paste in den JavaScript reinpacken. Das ist echt, das ist entspannt. Der Variable Builder. Okay, der noch gar nicht. Ich bin da mal irgendwie neulich mal drüber gestolpert, als ich irgendwie nach Variablen und irgendwas gesucht hatte und dann habe ich gedacht, was ist das denn für ein Ding? Ja, und eines muss ich ehrlich sagen, ich glaube, das hat mir bei mehreren Enhanced E-Commerce Implementierungen, darf ich das so sagen, den Arsch gerettet. Und zwar ist das GTM Debug. Und das ist nämlich von David Vallejo und das kümmert sich im Prinzip überwiegend auch oder sehr, sehr genau zumindest um Enhanced E-Commerce Daten und wie dort die Daten oder ob sie vernünftig an Google Analytics übergeben wurden oder ob es dabei zu Fehlern kommt oder was auch immer. Das ist echt ein super, super, super Plugin. Also es ist für mich so ein Zuverlässigkeitstest für Enhanced E-Commerce Implementierungen. Also das hat echt eine Menge gerettet bei mir. Ja, das ist jetzt nicht, heißt GTM Debug einfach. Das kann ich echt empfehlen. Wenn ihr mit Enhanced E-Commerce zu tun habt oder auch sonst irgendwie, da steht nämlich immer dann drin, welche Events gerade gefeuert wurden, wie dann der Data Layer zu dem Zeitpunkt auch aussieht. Und vor allen Dingen hat das ein sehr klares Flag, ob ein Enhanced E-Commerce Event abgeschickt wurde und auch wie groß der Payload dazu ist, weil bei Enhanced E-Commerce dürft ihr eben nicht so besonders viele Informationen mitschicken, wie ihr das gerne hättet, sondern nur maximal 8000 waren es, glaube ich, 8000 Bytes, 8K. Und ja, das sagt euch dann schon, ob das alles in Ordnung war oder ob es irgendwie Probleme gab. Und das ist wirklich, das ist Gold wert gewesen, fand ich. Ja, cool. GTM Debug. Ich verlinke es auch mal. Stimmt, habe ich schon mal gelesen, aber ich glaube nicht, dass der Vorteil gerade bei Enhanced E-Commerce ist. Interessant, auf jeden Fall. Ja, muss man machen. Also du kannst auf eine beliebige Seite gehen und dort mal gucken, ob Enhanced E-Commerce aufgelöst würde. Und also wenn du das Gefühl hast, die können das mit Enhanced E-Commerce auf der Seite, dann schau dir das mal an. Also es wird immer sehr, sehr präzise gezeigt, was da übergeben wurde und wie, ob es mit dem Event war oder mit dem Pageview oder was auch immer es war. Das ist echt ein cooles Ding. Ja, das waren so die Tool Wars hier. Genau. Ja, also Clear Cache gucke ich mir auch mal an. Danke für den Tipp. Finde ich sehr cool. Genau. Und dann halt noch fürs Debugging, wenn man halt ganz tief reingehen will, hatte ich ja schon mal dir erzählt, Charles Proxy. Richtig, genau. Dass sobald man halt bei Apps drangehen muss mit Analytics oder so, aber Apps ist ein komplett eigenes Thema. Da gibt es auch kaum Online-Material dazu, wie man das macht und so. Da kann man genau sehen, was wird eigentlich geschickt. Und für diejenigen, die dabei gerade sind und die Haare raufen beim Debuggen von Analytics und Apps, denkt daran, die Sachen werden alle nur alle paar Minuten, glaube ich, geschickt. Die werden gesammelt und anschließend jetzt übertragen. Das heißt, wenn ihr was in der App macht, wird es nicht direkt übertragen, nicht live, sondern es ist verzögert. Das kann einen ganz schön ärgern beim Debuggen. Ja. Also deswegen, Charles Proxy, das ist ja schon so ein bisschen, ich sag mal, betucht doch fast schon, ne? Hat ja schon ein paar Tage auf dem Buckel. Genau, genau. Das ist halt so ein Sniffer und ja. Ja. Der kann halt direkt in den Netzwerkverkehr, der kann zum Beispiel bei Apps, kann der direkt in den Netzwerkverkehr reingehen. Der kann halt so ein, das ist halt schon ein sehr, sehr, sehr spezielles Tool. Du kannst auch zum Beispiel einen Techmanager austauschen on the fly. Du kannst sozusagen die ID gegen andere austauschen auf deinem Rechner, um was Neues zu testen. Beim großen Relaunch oder so. Ja. Kostet wahrscheinlich ein bisschen was, oder? Ah, ich glaube 20 Dollar oder so. Kostet der, glaube ich. Ja, ist erträglich. Ich glaube, Fittler ist, glaube ich, kostenlos. Ich weiß das gar nicht, wenn du den kennst. Das ist so ein ähnliches Tool. Aber ich glaube, der Charles Proxy, der ist irgendwie. Also von früher noch, sagen Sie mal so. Charles Proxy ist die Wollmilchsau wahrscheinlich, oder? Genau, der kann da, ja. Ist sehr lustig, damit zu arbeiten, wenn man dann alle Übertragungen sieht und sich dann noch ein SSL-Zertifikat dann selber generiert und installiert, damit man auch dann noch den verschwisselten Verkehr von Analytics sehen kann und so. Ja. Bisschen aufwendig. Es gibt ja auch noch so ein paar andere Tools, die das ein bisschen vereinfachen. Ich weiß nicht, kennst du die DaVinci-Tools? Ja. Von Stefan Hamel? Ja, die nutze ich aber nicht so gerne. Ich habe sie neulich ausgeschaltet. Ja, weil die mit der deutschen Version nicht können. Genau, zum einen mit der deutschen Version. Also funktionieren nur gut, wenn du auf Englisch gestellt hast deinen Tag Manager oder deinen Analytics. Also funktionieren schon, aber ein paar Sachen funktionieren halt nicht, genau. Aber weißt du, was die bei mir neulich gemacht haben? Das hatte ich dann an Stefan nochmal berichtet. Der hat nämlich den CPU-Load bei mir, also Prozessor-Belastung quasi richtig nach oben geschraubt. Ich hatte, wenn ich Chrome auf hatte und die DaVinci-Tools aktiviert hatte, hatte ich hier so 50% CPU-Time nicht im Chrome. Okay, krass. Also das war halt irgendwie ein bisschen, ja, ich habe das erst gar nicht gemerkt, weil wann guckst du auf deine CPU-Time, ne? Aber ich habe halt irgendwann gemerkt, der Lüfter ist immer an, wenn ich Chrome auf habe. Und die Heizung brauchst du gar nicht mehr. Genau, die Heizung war weg, genau, richtig. Und dann habe ich den zwischendurch mal ausgestaltet und dann war plötzlich das CPU-Load weg. Und ich denke, nur noch so drei, vier Prozent, wie es halt sein sollte. Dann habe ich halt mal berichtet und soll aber mit dem nächsten Update das irgendwie wechseln. Also die DaVinci-Tools sind toll, aber die haben halt immer mal wieder kleine Macken. Also ich hatte das auch schon mal, dass sich dann im Seminar hat dann einer neue Nutzer angelegt, und das ging ja nicht. Und das lag dann ganz, das lag dann in der deutschen Version, weil er in der deutschen Version unterwegs war DaVinci-Tools aktiviert hatte. Und wir haben uns gefragt, warum er eine neue Nutzer nicht anlegen konnte. Ja, war irgendwas dazwischen gekommen und dann ging das nicht. Ja, aber es macht eigentlich ein paar schöne Sachen im Tag Manager. Zum Beispiel, wenn du im Debug-Mode bist, das räumt da so ein bisschen auf. Und es macht so kleine Symbole davor. Genau, genau. Das sieht halt manchmal ein bisschen übersichtlicher aus. Also es ist halt die Frage, wie viele Tags du da so drin hast und wie übersichtlich du es tatsächlich brauchst. Aber wie gesagt, das räumt im Debug-Mode so ein bisschen auf. Kann aber auch echt super vieles auch im Tag Manager selber noch verändern. Also zum Beispiel, was war das hier auch? Dass die integrierten Variablen alle auf einmal aktivieren. Genau. Und den Code kannst du schöner darstellen für Custom-HTML-Tags oder JavaScript-Variablen und so was. Dann wird das ein bisschen schöner gemacht und so. Also ist jetzt kein Riesen-Feature, aber es sind viele kleine, nette Dinge dabei. Also lohnt sich mal reinzugucken. Wartet aber bitte so lange, bis die neue Version draußen ist, weil sonst habt ihr möglicherweise, so wie ich, irgendwie ein CPU probiert. Genau, genau. Und das ist ja auch das zweite Plugin vom Stefan Hamel. Den haben wir heute nicht genannt, den Wasp-Inspektor. Den Web Analytics Solution Profiler ist ja auch von ihm. Der ist ja auch schon, weiß nicht, zehn Jahre alt oder so. Auch ein tolles Tool. Der ist ja schon alt, ja. Aber ist auch vor allem. Vor allen Dingen die Abhängigkeiten untereinander von den verschiedenen Skripts, die auf der Seite laufen. Genau. Das ist halt mal ganz nett. Also welches Skript löst hier was aus? Den Wasp-Inspektor. Genau. Das kann man sich angucken. Das ist eine gute Sache. Ich bin ja sonst auch großer Fan von der Konsole selber, von der Entwickler-Konsole. Ja. Wo man ja auch schon relativ viel sehen kann, was so übermittelt wird an Daten, an Analytics oder durch den Tag Manager. Also da. Nur ist halt zum Debuggen nicht immer das Beste, muss ich gestehen. Also da braucht es halt manchmal doch andere Informationen. Genau. Ja, cool, Mensch. Also wer jetzt keine Tools mitgeschrieben hat, dem kann ich auch nicht helfen. Also schaut euch diese Tools an. Sie helfen. Genau. Ja, cool, Michael. Da haben wir schon einiges. Ich glaube, das Thema Debugging, das vollständig im Podcast zu erklären, ist echt schwer, finde ich. Aber es soll euch trotzdem weiterbringen. Also ihr müsst euch einfach, wie so oft, einfach damit beschäftigen. Genau, Schritt für Schritt vorwärts ist das Allerwichtigste. Einmal gucken, was macht das eigentlich, was passiert da eigentlich. Ein bisschen rumklicken, ein bisschen neugierig sein. Das ist viel beim Debuggen. Ja. Ja, eigentlich sind wir ja schon quasi bei den drei Tipps, ne? Ja. Ja, hast du drei? Ja, klar. Klar habe ich drei Tipps. Oder Bonustipps noch. Genau. Tipp Nummer eins, ganz, ganz wichtig. Niemals im Default-Workspace arbeiten. Das gilt nicht nur fürs Debuggen, sondern generell. Links im Google-Tech-Manager steht immer oben, links Default-Workspace. Legt euch gleich, wenn ihr euch einloggt, gleich einen neuen Workspace für euch an und arbeitet darin. Weil es kommt immer wieder vor, dass irgendjemand mal eben schnell eine Änderung machen möchte, in den Default-Workspace was reinschreibt und das dann nicht veröffentlicht. Und wenn ihr das dann veröffentlicht, seid ihr eventuell schuld, dass es nicht funktioniert oder sonstiges, weil ihr müsstest, wenn ihr da arbeitet, veröffentlichen. Darum nutzt einfach immer einen eigenen Workspace, einen eigenen Arbeitsbereich. Das macht die Arbeit für alle einfacher. Ist auch nicht viel mehr Aufwand. Es sind, glaube ich, zwei Klicks mehr und die Beschreibung vom Arbeitsbereich wird direkt übernommen für die Version. Und natürlich immer schön oft Versionen veröffentlichen, immer wenn wirklich signifikante Änderungen sind, ruhig eine neue Version veröffentlichen. Nicht einfach 30, 40 neue Texts einbauen und dann veröffentlichen, sondern Stück für Stück. Das macht das Debugging einfach auch im Nachhinein eventuell zurückzuspringen und zu gucken, was war da eigentlich anders. Genau. Dann beim Debugging auch gucken, Versionsvergleich gibt es mit Google Tag Manager. Da sind wir heute noch gar nicht drauf eingegangen. Man kann bei neuen Versionen genau sehen, was ist eigentlich der Unterschied. Und seit zwei, drei Monaten sieht man das auch beim HTML, die Unterschiede. Was hat man eigentlich geändert? Welche Unterschiede gibt es zwischen den einzelnen Versionen? Sollt man wirklich hervorgehoben bekommen, was habe ich eigentlich geändert? Was habe ich hinzugefügt? Genau. Und Tipp Nummer drei ist, wenn es irgendwelche Probleme gibt oder so, dann geht man in die Digital- und Web-Analyse-Heldengruppe auf Facebook von Mike und stellt die Fragen dar. Das ist Tipp Nummer drei, würde ich sagen. Ja, das ist cool. Ja, ein super Tipp. Ernsthaft. Also, ich glaube, da gibt es bisher nicht viel, was nicht gelöst wurde an Problemen. Ich meine manchmal so super, super special tricky Fragen, aber das Allermeiste wird da gelöst. Das finde ich total bewundernswert, muss ich ehrlich sagen. Du bist ja auch sehr aktiv, da muss ich sagen. Also, es ist auch schön. Ja, aber nur, wenn richtige Fragen gestellt werden. Ja, ja, das stimmt schon, ja. Ich muss ja gestehen, Michael, ich darf das hier öffentlich sagen, weil ich es noch nicht getan habe, aber ich habe echt überlegt, ob ich zwischendurch auf moderierte Einträge gehe. Dass ich halt sage, so, alle müssen erst mal hier an einem Gatekeeper vorbei, an mir. Und wenn ich die Frage für gut halte, die da gestellt wird, dann darf sie auch raus in die Welt. Weil manchmal gibt es halt wirklich Fragen, wo du sagen musst, ach Leute. Aber gut, das ist mein Job als Moderator vielleicht auch. Ja klar, ist halt auch viel Arbeit dann für dich, dann wenn du es hier das Einzelne freischalten möchtest. Klar, genau, weil mittlerweile ist da echt eine Menge los. Jetzt war es, glaube ich, mal ein, zwei Tage ein bisschen ruhiger, aber so, ansonsten geht da richtig der Punk ab. Ich habe da gestern reingepostet zum Cookiebot mit dem Google Tag Manager, weil die eine Anleitung geschrieben haben, die halt total unsinnig, also die halt nicht so sinnvoll ist für den Google Tag Manager. Ja, und gerade zum Thema Tag Manager gibt es halt immer mal wieder irgendwelche Fallstricke, die da draußen einfach noch keiner beantworten kann oder noch nicht vor dem Problem stand. Ich habe manchmal sowieso das Gefühl, dass da draußen irgendwie sehr wenige Leute sind, die sich intensiv mit dem Tag Manager auseinandersetzen. Also, ich weiß nicht, woran es liegt. Hast du eine Idee? Ich glaube, weil sich die Leute auf das konzentrieren, was sie können, hoffe ich immer, dass sie einfach die Standard-Tags einbauen. Und die müssen ihn ja gar nicht so oft ausreizen. Man kommt ja ohne benutzerfiniertes HTML und ohne benutzerfiniertes HTML kommt man ja schon echt weit. Das heißt, das meiste funktioniert beim Seitenaufruf oder vielleicht mal Link-Klick noch, aber alles Weitere ist ja. Also ich bin der Vorsitzende, dass es überhaupt schon so weit ist und nicht, dass wir nur beim Seitenaufruf arbeiten. Das war ja vorher echt schwer, mehr Daten zu bekommen. Ja. Darum inzwischen kann ich mir eine Installation von Analytics ohne Tag Manager nicht mehr vorstellen. Und sei es nur ergänzend. Wenn jemand kommt und sagt, wir machen das Hardcoded, dann muss er mir schon echt gute Gründe nennen. Und gab es bisher selten. Also da kommen halt immer so alte Gründe wieder raus, wie, ja, dann wird die Seite langsamer und sowas. Also, was ja eigentlich so gar nicht so richtig der Fall ist. Ich meine, vor allen Dingen bei Seiten, die sowieso nicht in irgendeiner Form Page-Speed optimiert sind. Ja, ja. Ja, aber das sind halt die üblichen Bedenken. Oder der Tag Manager ist, der macht uns angreifbar oder was nicht alles. Ich meine, Gegenargumente gibt es ja immer viele, aber die kannst du in der Regel also relativ gut entkräften. Genau. Ja, cool, Michael. Sehr, sehr schön. Danke für deine Tipps. Das war, ja, ich denke mal, dass die Leute jetzt aber auch dringend noch dein Buch haben sollten, finde ich, ne? Das sagst du. Das sag ich ja, genau. Ja, ein Review gibt es auf jeden Fall davon demnächst. Und ich, ja, ist quasi wie eine Arbeit, wenn du so bist. Hervorragend. Ja, genau. Ja, ich danke dir auf jeden Fall. Und, ja, ich weiß gar nicht, die Folge kommt, glaube ich, jetzt auch relativ schnell raus. Und deswegen ist der Zeitpunkt zu unserem Aufnahmezeitpunkt jetzt nicht so hoch. Also, falls ihr noch ein Event von Michael in diesem Jahr seht, dann geht da hin, ja? Also, macht das. Der sorgt halt einfach auch für Austausch. Das, was ich bei Facebook mache, macht er halt in Realtime und echt und so, ne? Also, geht doch mal hin. Ja, aber dieses Jahr gibt es nicht mehr viel. Da ist nur noch der Web-Unitiv-Svent-Day am 21. Ja. November. Genau. 2018. Genau, ansonsten merkt ihr euch das einfach fürs nächste Jahr. Genau. Ja, Michael, vielen Dank. Ich gebe dir gerne nochmal das letzte Wort. Und, ja, ich würde sagen, wir hören uns auf jeden Fall. Und du, lieber Hörer, mach's gut. Ich würde sagen, bis zur nächsten Ausgabe. Genau, vielen Dank, dass ich Gast sein durfte. Und wir sehen uns dann bald mal wieder live. Bis dann. Ciao. Ciao.